Wo sind die Druckplatten, die Sir Marcano aus der Bank gestohlen hat? Hab ich vergessen. Lincoln hat mir mal gesagt, auch wenn er die andere Wange hinhält, würde das in dieser Welt nichts verändern. Ich hab über 40 Jahre lang versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich hab mir in die Tasche gelogen. Die Realität sieht anders aus. Mitleid ist ein Zeichen von Schwäche. Aber Geldgier eine Tugend. Die Armen gelten als moralisch korrupt, während jeder Exzess der Mächtigen gefeiert wird. Wir schicken junge Leute in den Tod. Und wofür? Damit irgendjemand noch ein bisschen reicher wird? Lincoln hatte recht. Er hatte von Anfang an recht. Es wird nie wieder einen geben wie Dr. King oder Bobby Kennedy. Aber es wird immer wieder einen Sal Marcano geben. Oder einen Sammy Robinson. Ja, und auch einen Lenkern, Clay. Die Menschheit ist grausam und brutal. Erledige, Tommy. Marcano abgeschlossen. Und jetzt will ich auch nie an, wenn ich das gebe. War's das jetzt? Niemand steht uns mehr im Weg. Wir kontrollieren jetzt die Stadt. Nach unserem letzten Treffen hatte ich echte Zweifel an unserer Partnerschaft. Aber jetzt soll ich dir helfen, den gesamten Distrikt zu erobern. Das sagt viel. Und wenn du ihn mir dann auch gibst, sag das noch mehr. Jeder spielt hier sein Spiel, Bruder. Aber mal ehrlich, ich sollte das letzte Territorium für dich verwalten. Und Läden hin- oder herlenkeln. Du weißt, dass ich das Tagesgeschäft besser führe als die anderen zwei. Das ist die Chance für dich, mein Junge. Eine Gelegenheit, ein paar Fehltritte auszubügeln. Ich bin in diesem Bezirk nicht vertreten. Aber du kannst das ändern. Und es wäre verdammt klug, das auch zu tun. Die Iren leiten diesen Bezirk besser als jeder andere. Du weißt nicht, wie lange ich von diesem Moment geträumt habe. Das hier, das ist, was zählt. Scheiß auf Makano und den Rest. Bleib bei deiner Linie, Lenker. Komm, bring. Lass dir Zeit. Wollen ja nicht, dass der letzte Bezirk vor die Hunde geht. Hm. Nicht viele sind mit mir durch dick und dünn gegangen. Joe war Einzigart. Lass dir Zeit. Alter. Leute, ich bleib bei ihm. Und zwar hat es den folgenden Grund. Hier bekommt man eine andere Waffe. Hier bekommt man eine andere Waffe. Die Screaming C noch und die Büchsenmacher. Das schnellen Laden. Wir sind zusammen so weit gekommen. Und hier bekommen wir einen HALP. Ich brauche keine Granatenwerfer, mehr Ausrüstung und Kopfbestechen. Niemals nehme ich die hier. Ich gucke mal, wie sie reagieren. Ich bin Alligatorenfutter. Naja, insofern, alles gut. Mann, Mann. Weißt du, wie lange ich darauf gewartet habe, dass mal einer zu seinem Wort steht? In meinem ganzen Leben bist du, Lincoln Clay, der erste Motherfucker, der das wirklich gebracht hat. Danke. Das war erstklassige Arbeit. Hätt selbst nicht besser hingekriegt. Wahrscheinlich. Kritiker Gott, wie sind wir nun mit heiler Haut aus dieser Scheiße rausgekommen? Hätt geschworen Skaletta, haben sie schon längst die Kehle aufgeschlitzt. Gut, ist nicht alles so gelaufen, wie ich wollte. Aber wir leben und wir machen Geld. Und der Herr im Himmel weiß, am Leben zu sein, liegt mir viel mehr, als im Grab zu verfaulen. Ich hatte irgendwie gedacht, Lincoln hätte uns inzwischen längst alle umgelegt. Was wir hier geschafft haben, Makano die Stadt wegzunehmen, ohne uns dabei gegenseitig umzubringen, darauf können wir stolz sein. Ist nicht alles so gelaufen, wie gewünscht, aber ich bin stolz auf das, was ich habe. Und auf das, was wir hier machen. Wir haben bewiesen, dass Makanos Weg falsch war. Die Lügen, die Hinterlist, der Betrug. In diese Richtung muss es nicht laufen. Sein Weg endet hier mit ihm. Spricht mit Doran über Makanos Aufenthalt. Leute, da es jetzt die letzten Folgen sind, würde ich sagen, ich beende hier den Part. Es hat jetzt nicht den Grund, dass der Part viel zu kurz, äh, zu lang geworden oder zu kurz ist. Aber wir kommen jetzt zum Makano langsam und jetzt möchte ich alles nach und nach langsam auseinander nehmen. Dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, geht einen Daumen nach oben. Wenn nicht einen Daumen nach unten, schreibt mir in den Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ein Minus Wort. Ciao, ciao.